Yo, YouTube-Basketab, herzlich willkommen zurück zu der Let's Play Dragons Dogma 2. Wir sind bei einer... Geht der Ton? Ja, der Ton geht sehr gut. Wir sind bei dieser Scheiß-Quest, wo wir da irgendwelche Leute befreien müssen und... Ich weiß nicht. Irgendwie... Ich habe jetzt alle wiederbelebt. Ich habe alles gewastet. Die Lazio ist alles, damit er sich irgendwo so Leute befreie. Aber irgendwie sind da keine Leute. Wom kann ich hier nicht gehen? Ich kann hier nicht gehen. Und in den Kommentaren ist mir geschrieben worden, dass ich mal woanders gehen soll. Und da das Entscheiden dann kommt. Also, dass da dann eben bloße Leute zum retten sind. Hä, hier war ja was. Was? Ich weiß mich doch nicht. Jo, wie viele hier sind. Ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Warum gehst du alleine in eine scheiß Höhle rein? Alles gesehen. Den Himmel ist der Dank gelebt. Machen wir uns auf den Weg. Die anderen Durchbewohner werden sich sicher erfreut sein. Euch gesund und munter wie diese sehen. Oh. Ui. Nehmen wir mit, weil vielleicht brauchen wir es ja. Versteht ihr? Ah ja. Komm dran. Lass uns gut sein. Eine skrupulische Untersuchung ist die Körnerstunde aller Abenteuer. Wahrscheinlich. Lass uns wissen, ob wir von Unterstützung sein können. Wir haben es doch gefunden. Ich bin schon wieder... Ich bin so lost ab und an. Das ist so heftig. Zack. Ne, 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 ne. Ein Gift, Dude. Und. Mach den tot. Ist irgendwer vergiftet. Ne, oder? Okay, kommt. Alter, Raun ist vergiftet. Der stirbt jetzt. Scheiße, wann. Wir müssen raus hier. Wir müssen raus hier. Zurück ins Dorf. Alter. Kommt ran, wir müssen zurück ins Dorf. Was macht ihr denn? Ja, okay. Ihr wart erfolgreich, wie ich sehe. Und welche eine Erleichterung. Das waren wir. Und da meine Aufgabe nun erledigt ist, werde ich das Dorf Hafenverein ein für alle Mal verlassen. Ingegenso bitte ich euch, denen zu vergeben, die sich mir angeschlossen haben. Ich habe sie ja angestiftet. Nur ich sollte daher die Strafe der Verbannung erleiden. Alter, was ist mit Ulrike los? Was macht ihr immer? So Moralapostum? Dennoch werde ich das durch erhobenen Hauptes verlassen, froh darüber, dass kein Leben geoppt wurde. Das wird nicht nötig sein, Ulrike. Und im Gang gesichts eurer guten Tat soll euch alles vergeben sein. Nachdem ihr gegangen wart, habe ich darüber gesprochen, was das Wichtigste für unser Dorf ist. Es ist, wie ihr es selbst gesagt hattet. Ein Dorf ist nichts ohne seine Bewohner. Diese Lektion hätten wir lernen müssen, nachdem der Drache uns aus unseren Häusern verjagt hatte. Doch es war ein leidenschaftliches Plädoyer. Ich habe keine Ahnung, was ist das für ein Wort, das uns daran erinnert hat. Ulrike, würdet ihr uns die Ehre erweisen, unsere Dorfälteste zu werden? Was? Es ist unsere Hoffnung, dass ihr uns guideet, und dass eure Wichtigkeit und Weisheit und Weisheit unser Volk geeinigt werden kann. Menschen und Biestren gleichermaßen. Wenn dies ist, was nötig ist, werde ich meiner Pflicht nachkommen. Ich verspreche das Dorf, um seine Bewohner mit meinem Leben zu beschützen. Okay, krass. Ich hätte nicht ein besseres Ergebnis erwähnt. Die Stadt wird sicherlich prospere in Sir Ulrikas Wichtigkeit. Es war ein Freude, um solche gute Tidigungen zu erinnern. Krass. Alles klar. Ähm, wir müssen Rauni heilen. Jetzt gehen wir kurz ins Gasthaus. Ein bisschen schlafen. Wenn Rauni einfach vergiftet ist. Kann ich dich in einem Raum interessieren, Sir? Ja. Ja. Bis morgen ausrum. Ja. Stimmt. Wir müssen mal. Weil eigentlich wollten wir die Elbenquest machen, aber jetzt ist das Dorf dann... Ich kann hier auf mein Lager zugreifen. Lager verwalten. Juhu. Das wusste ich gar nicht. Das wollte ich jetzt nicht. So, die Zettel lassen wir mal. Das ist alles Medizin. Ich habe was gegen Gift brauche ich eigentlich. Kombinieren. Habe ich irgendwas, wo ich Gift machen kann? Rezept. Entgiftungsdings. Scheiße. Was macht aus da wieder? Kann ich suchen eigentlich nicht, oder? Schade. Ja, so Giftdings wäre schon, so Anti-Gift-Trank wäre schon nice. Aber gönnt nicht. Oh, einen Blumenstraße kann ich machen. Schön. Scheiße. Warte, gehst du links? Ne. 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 Hartknolle. So. Passt. Hm. Haben wir. Jetzt ist die Frage, ob unser Elb wieder da ist. das finde ich jetzt nicht so gut gibt acht straßes wollen gefahren ja meine quest ist jetzt einfach weg die xinom habe ich nicht ja okay das ist jetzt nicht so geil ich wollte eigentlich von einem ältig festmachen war es denn habe ich nicht repariert kannst du den untersuchen das ding ist halt das ist nur der zielkristall kann ich nicht porten ja was ist mit ihm was macht sie da ok was hat er oder sie wasserbogel umhang ich habe gar kein cash bin ich gerade sehe ich gerade ich habe mein ganzes cash ausgegeben für die bogenrüstung obwohl ich gar nicht spielen will also da geht es ja los da kracht er hier ist frischer fisch aber ich glaube das war es so an sich hier das ist nämlich das du musst halt die quest selber finden das ist halt da zwingt das zwingt dich das spiel dazu alles so ein bisschen zu erkunden was ja gut ist ist ja nichts schlechtes aber du bekommst die quest nicht so vorgeschrieben so straight up deswegen müsste ich eigentlich um die elben quest zu machen noch mal in die stadt und die wieder auslösen wahrscheinlich weil ich da jetzt eine andere quest einfach gemacht habe warte das war ein anderer händler hier ist ein anderer hinter händlerin red mit mir habe ich hier ohne reisestein ah ich kann mit lassen den hätte ich gern mitgenommen reisesteine sind immer gut zu haben du siehst stark aus sag was ok sag was nö ok ok hier haben wir nichts mehr zu tun die quest wird mir nicht mehr angezeigt ah hier wird mir eine quest angezeigt ja komm lass da hinreisen scheiß drauf das haben wir drei ja ist halt so was soll ich machen hier ist der zielkristall für ähm na wer ist das für das elpen für das elbendorf das ging so gut wie wir hoffen haben lass uns unsere oberen Augen und analysieren die situation was auch in den kommentaren drin stand oh mein gott das lagts aber schon übelst hallo spiel ach so ich hab's ja noch immer nicht das toxium habe ich noch immer nicht die quest hat's mir jetzt angezeigt lol ok das bringt mir nichts ich habe gehört einige von den soldaten vor dem palace vor dem palace diskutieren um um was würde ich sagen ich habe zu gestern jetzt mehr mit dem batalli der 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 die 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 stor die der die 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 bewerben das Holt sie. Er ist nicht mehr da. Ich werde die Quest nicht gechinkst haben jetzt, oder? Die Quest ist ja gar nicht mehr da. Scheiße. Die war irgendwo da außerhalb, deswegen bin ich hier vorbeigelaufen. Jetzt muss ich schauen, ob ich den vielleicht am Marktplatz treffe. Wo? Okay. Er steht nicht mehr hier. Er sieht ja shady aus. Was machst du? Okay, das ist jetzt blöd. Der Elb ist weg. Das finde ich jetzt nicht so geil. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Ich dachte... Ganz ehrlich, ich dachte, dass ich den wieder treffe. Aber an Shannon... An Shannon nicht. Das finde ich schade. Was soll ich dir heute kommen? Was bringt dir das? Was bringt dir das? Ich gehe zu einem professionellen. Der Dienst sollte nicht unterschätzt werden. Viele Male hat ihr Rat mir in einem Moment pure Offenbarung beschert. Falls ihr also jede Führung nötig habt, wieso nicht einen Oraken aufsuchen? Das ist ja immer hart. Okay. Okay. Ja, scheiße. Der ist nicht da. Ja, okay. Okay, okay, okay. Dann werden wir mal Richtung... Richtung Elpentor gehen. Also Richtung Elpenstadt. Der ist einfach zu. Okay. Okay. Sind die schon alle zu? Die sind einfach offen. Wir haben uns die Stadt eigentlich nie so genau angeguckt. Um ehrlich zu sein. Da war damals der Adelige drin. Ja. Das Lustige ist, bei der Pokémon-Naslog habe ich immer... Bin ich statt dem abgelaufen und habe mich angesprochen drin. Einfach nur, um die Stadt zu erkunden und nichts zu verpassen. Hier habe ich das gar nicht so gemacht. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Warum ich das nicht gemacht habe. Mein Auge wieder. Ja, dann lass mal rausgehen hier. Das ist, glaube ich, der falsche Weg raus. Oder vielleicht genau der richtige. Doch, das ist genau der richtige Weg. Ja, gut. Dann erkunden wir ein bisschen ins Gebiet. Weil vielleicht wartet er ja im Elpenland auf uns. Bei der heiligen Laube. Ich muss ehrlich sagen, wir waren hier nirgendwo. Was soll ich heute unternehmen? Ich glaube nicht, dass ihr in der Stadt sicher seid. Die Mots sind jetzt sehr mutig an Bilder geworden. Erst in ein paar Nächten kam es ein bürgerliches Viertel. Viel Blut wurde vergossen. Man könnte sagen, es war eine böse Schicksalslaune. Aber vielleicht sollen wir auch Profile vorbrett sein. Ich frage mich, ob eine schöne hohe Mauer zu bauen in Freikäme. Ja, bau dir einfach Mauern hoch. Warum nicht? Ein Bett im Kornfenst. Ein Bett im Kornfenst. Okay. Oh. Nehmen wir mit. Alter, das ist wieder das Geile dran. Jetzt können wir wieder ein bisschen raus. Ein bisschen die Gegend genießen. Alter, das war so hell wie eine Blankgranate gerade. Hol das. Aber ich finde es schade, dass Gwindre weg ist. Ich habe seinen ganzen Wagen kaputt gemacht, dass er sich Hartknolle rausbekommt. Alles klar. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich pflanze an, was ich kann. Alter, was? Huhn! Das war eine Ratte. Ich dachte, das ist ein Huhn. Hier ist Wasser. Können wir nicht drüber. Aber in die Häuser können wir reingucken. Aber in die Häuser können wir reingucken. Ich kann nicht mehr reden. Die Arbeit ist nicht gut für den Rücken. Mach mal halblang ein bisschen. Machen wir ein bisschen Pause. Gönnen den Coke. Gönnen den Coke. Gönnen den Coke. Gönnen den Coke. Das ist mein Spezialtes. Gönnen den Coke. Gönnen den Coke. Lass mich hier rein! Warum? Irgendwie muss ich ja hier reinkommen, oder nicht? Einfach spiel's und weg kurz. Hol mir die Truhe! Hol mir das drinnen! Hol mir das! Okay! Dann nicht! Oh, hier sind Wasserbüffel! Alter! Ey, der Typ ist ja riesig! Jo, was geht ab? Es tut mir leid! Okay, ich dachte, er dreht jetzt durch! Hier waren wir überall noch nicht, obwohl das so crazy aussieht! Hier ist das Armenviertel, oder? Ja, klar! Hier sind wir noch nie rausgelaufen! Das Bauernviertel ist hier! Okay! Hier waren wir noch nie! Hier gibt's Pflanzen! Nehmen wir mit! Dämmerungskraut! Dämmerungskraut! Was für eine Landschaft! Wunderschön! Jo, ihr Büffel! Was geht ab? Ich hab bei den Kollegen gerade 1 gegen 1 gewonnen! Ist einfach weggelaufen! Rinde einer Bergbuche! Okay! Ich dachte, ich falle! Ich hab überall Gänsehaut jetzt! Überall! Jo! Was geht ab? Mr. Hühner! Hier sind 2 Kisten! Willkommen am Bauernhof, meine Süßen! Kaninchenfell! Sprungwurmhaut! Was sind das für komische Sachen? Der Welt der Zweig! Alles klar! Oh mein Gott! Maisfeld! Let's go! Hier oben sind Apples! Hier geht's rein! Hier ist in jedem Haus gefühlt eine Truhe! Und vergammeltes Fleisch! Kann man sicher irgendeine coole Medizin draus machen! Wenn du... Das ist so ein kurzes Gespräch! Okay, das war's eigentlich hier so! Hartknollen! Ah, hier geht's runter! Ist das Absicht? Das sieht für mich nach Absicht aus! Hier ist was! Erd! Okay! Golderz! Ui! 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 Zack! Sonst hier nichts? Ich würde wetten, hier gibt es was zu entdecken! Da drüben! Da drüben! Eine Suche... Eine Suche... Eine Suche Medaillon! Alter, ich hätte jetzt komplett übersehen, wenn er nichts gesagt hätte! Cool! Komme ich da jetzt irgendwie wieder zurück? Ich höre hier was übelst schreien! Jo! Alter Greif! Ich habe mich gerade so erschrocken! Das war übelst laut! Da soll man ein bisschen die Beine stillhalten! Was ist da los? So, rein da! Ja! Er beschwört irgendwas! Ja! Das Bauernviertel haben wir entdeckt! Ich glaube es gar nicht! Da drüben ist ein Greif! Das ist nur ein Stück! Nichts Spannendes! Ich finde es halt wirklich schade... Alter, ich dachte schon wieder Wasser! Ich finde es halt wirklich schade, dass wir diese Elbenquests nicht weitermachen konnten! Weil wir halt die andere Quests getriggert haben! Das ist ein bisschen doof! Aber! In der nächsten Folge! Geht es dann hier ab! Richtung Greif! Wir müssen das ganze Gebiet hier abklappern! Hier! Sind wir genau straight up geradeaus gegangen! Wir gehen das hier alles aufdecken! Und mal gucken, wie groß dann die Map wirklich ist! Das sieht ja... Oh mein Gott! Ja, da geht es schon ein bisschen! Da geht es schon ein bisschen! Dann haben... Alles klar! Ja! Ich bedanke wieder recht, dass ihr bis zu gucken! Gerne liken! Wenn euch das Video gefallen hat! Gerne kommentieren! Kostet das Abo! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Meine Süßen! Römer und b警ree. Servus! B Script deze spiografische Musik Es soll sich auch tun! Untertitelung des ZDF, 2020